Ich bekomme einen Schwer-Kopf-Bund und heute, was meint er mal? HS! Freak! Und jetzt schaut bis zum Ende der Headball gespielt. Heute war was ganz geiles. Ihr habt es auch gerade gesehen, er hat mich reingelegt. Ich werde ihn jetzt umbringen. Äh! Die Kräfte hat er noch, man. Hä? Das ist gut, er hat hier gedrückt. Er hat mehr als Milchtheit, man. Schuhe, ich gehe jetzt schnell auf. Du Lappen schießt. Schuhe. Vier, vier. Ich hab's gesehen, er hat's geschlagen. Was? Das ist gut. Nein. Ich hab's gesehen. Bok. Legest du ihm direkt hier? Ich hab's gesehen. Okay. Das ist gut, ich gucke! Das hat ihn auf. Das ist gut. Ich bin dran. oh Ich habe gerade meinen Tummen angestellt und gespielt. Ich denke gerade nicht. Ich denke, ich hole ihn. Loser. Nein! Ich bin gespielt, aber egal. Ich habe 8,5 Sekunden kommen. 3,5 Sekunden mache ich nichts. Okay, ich mache jetzt nichts mehr. Und? Egal. Überleicht. Da liegt's ohne. Werbung. Das war gescheudig. Geht doch. Okay, direkt liegst du. Stopp. Und so doch. Ja. Was ist das? So. Direkt. Schieß. Was ist das? Oh, das ist das. Ne, ich geh doch um! Was war das denn? Nein! Warte, ey Leute, der hat mich eingefroren, wie schlecht ist der? Du loser? Nein! Ne, vier, eins, der Arme! Was kann er auch? Soll ich den Motor machen lassen? Ja, fünf Sekunden lassen... Ne! Okay, komm, wir lassen jetzt alles hoch! Wie du fährst? Ne, 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 ne? Der ist direkt nächster! Ne, was war das? Ich war da irgendein Sand! Hör mich, ich lass los! Ihr habt's auch gesehen, der ist so schlecht! Ne, ne, was wird's weg! Und nach als wenn wir uns kläckten, strukturieren und nachdem. Oh, ich kann also die Karte da drüber führen! Ich mach' kurz Angst vorn! Letzte Sekunde.